Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Crypto Update Video Bitcoin bei 39.700 US-Dollar. Wir haben unser Preisziel endlich erreicht. Es sind runter auf 38.500 US-Dollar gekommen. Somit auch die Ziellevel hier in diesem Bereich erstmal abgeholt, Long-Position abgeholt. Und jetzt wurden wir an der Marke von 40.200 US-Dollar rejected. Das heißt, wir haben zwar eine kurze Erholung gesehen, ist die jedoch nachhaltig. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video anschauen. Außerdem werden wir gucken, wie wir uns weiterhin positionieren können. Und natürlich auch auf Ethereum und auch mal auf die Stockmärkte einen Blick werfen. So wie jeden Tag. Bevor wir wieder starten, lasst dem Video wie immer auch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auch mit euren Alkommun wünschen und einen Kommentar da lassen, damit auch der Alkommun ein bisschen gepusht wird. Und wenn ihr Lust habt, in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Da ist gerade eine Umfrage angepinnt, geht hier um eine Facharbeit. Also da gerne, wenn ihr Bock habt, einfach mal ein bisschen abstimmen. Im Sinne des 32 Votes würde ich mich freuen, wenn da mindestens 100 reinkommen. Weil ein von unserem Admin hier in meiner Telegram-Gruppe wird gerade eine Facharbeit geschrieben. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr da wirklich abstimmen würdet. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn ihr das Ganze auch traden wollt, kann ich euch nur meine Partner bei so BingX empfehlen. Dort kriegt ihr immer die aktuellsten Sachen auf. Neue Altcoins und natürlich auch Forex, Stocks und Kryptos. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 39.700 US-Dollar. Wir haben hier unten die Demandzone. Ich glaube, besser hätte man sie gar nicht abholen können. Also dieser Bereich hier unten wurde abgeholt. Die 38.500 US-Dollar, knapp 38.550 waren es. Daraufhin jetzt erst einmal im Bounce gesehen, vor allem wenn wir hier auf dem 1-Stunden-Chart uns das mal angucken, sehen wir, okay, es kam gestern nochmal deutliches Abverkaufsvolumen rein. Dann kurz vor dieser Zone gehalten und dann aber auch perfekt rein in die 38.500 US-Dollar-Zone. Daraufhin erst einmal ein schöner Volumenimpuls. Diese hat jetzt aber wieder deutlich nachgelassen. Das heißt, wir haben hier trotz steigenden Kursen erst einmal sinkendes Volumen. Das ist kein guter Stand für einen weiteren Pump im Laufe des Vormittags. Gefällt mir nicht wirklich gut. Und dann, wie gesagt, auf dem 4-Stunden-Time-Frame. Und wenn wir das vielleicht auch gerade mal auf dem Daily uns angucken können, da sehen wir das gleiche Spiel, wurden wir jetzt bereits zweimal hier an dieser Linie abgelehnt. Also das heißt, bei dieser 40.200 US-Dollar-Linie, da haben wir ja gestern und vorgestern schon darüber gesprochen, dass dieser Preisbereich von 40.200 US-Dollar sehr, sehr entscheidend sein wird. Hat einerseits damit zu tun, dass wir hier natürlich immer wieder diesen Support hatten mit diesen langen Wicks, die sich hier gebildet haben. Und die jetzt hier anscheinend erst einmal zu Widerstand werden. Deswegen, für alle, die Long-Position offen haben, nehmt jetzt erst einmal Profite. Ersten Take-Profit, einen zweiten Take-Profit habe ich dann, das können wir uns mal ganz kurz angucken, wenn wir hier das FIP-Level ziehen. Dann hier oben bei ungefähr 40.600 US-Dollar eingeplant. Also genau hier am Golden Pocket würde auch sehr, sehr gut passen. Wenn wir uns so die Struktur des Abverkaufs angucken, hier oben haben wir eine Supply Zone, noch eine kleine Ineffizienz und das sehr, sehr starke Verkaufsvolumen liegt hier oben auch. Das heißt jetzt, ersten Take-Profit nehmen, zweiten Take-Profit würde ich euch dann hier oben empfehlen. Und dann muss ich auch mal überlegen, ob wir hier vielleicht doch nochmal einen Short machen, je nachdem wie dann eben das Volumen ist, dann für die nächsten Stunden. Weil momentan, wie gesagt, ist mir das ein bisschen zu gering. Durch diesen schönen Aufwärtsimpuls eigentlich top, dass wir bis da hochgekommen sind. Aber wie gesagt, für das Volumen, was jetzt in die letzten Stunden reingekommen ist, ist diese Bewegung jetzt schon wieder, naja, nicht wirklich von Nachhaltigkeit geprägt. Und natürlich, wir befinden uns weiterhin in einem Abwärtstrend. Daran wird sich auch erstmal nichts ändern, solange wir hier oben die Marke von 41.800 US-Dollar, also diesen Preisbereich hier oben genau da, auch wo unser Pivot liegt, unser Monats-Pivot, solange wir diesen nicht überschreiten, beziehungsweise übertreffen, befinden wir uns auch meiner Meinung nach immer noch in einem Downtrend. Und solange brauchen wir uns überhaupt über hier oben 48.000 US-Dollar erst einmal keine Gedanken machen. So, wie wäre zweiter Plan im Laufe des heutigen Tages? Sollten wir jetzt hier nicht über die 40.200 US-Dollar-Marke kommen, beziehungsweise unseren zweiten Take-Profit auch nicht abholen und hier nur die Marke von 40.200 US-Dollar weiterhin standhalten, gehe ich stark davon aus, dass wir nochmal hier runter reingehen, weil diesen Pivot, den S1, den Manfleet S1, haben wir noch nicht getestet. Und die Demandzone plus noch ein paar andere Zonen, die wir hier drüben haben, also es wäre hier ein perfekter Test eigentlich auch von diesen ganzen Hochpunkten, die wir hier drüben haben. Dieser steht derzeit noch aus, das heißt, wir haben auch gestern nicht unseren Pivot getestet, wir haben nur die Demandzone getestet. Also sollte der Markt heute nochmal Liquidität tanken wollen, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier nochmal runtergehen. Dann nochmal eine Long-Position einzugehen, muss man wirklich dann auf einen 1-Stunden-Timeframe auch nochmal ganz genau gucken. Wir hatten hier keine wirkliche Bullish Divergence, es kann gut möglich sein, dass wir uns dann die im Laufe des Tages holen. Das heißt, dass wir hier ein tieferes Tief bilden. Darauf würde ich dann eher achten und dann auch zu gucken, okay, kriegen wir dann auch hier ein höheres Hoch. Danach sieht es derzeit aus, weil der Aerosize relativ hoch ist für den kleineren Kurspump, den wir jetzt hier erst einmal gesehen haben. Ansonsten, wie gesagt, hat sich erst einmal nichts getan, das ist jetzt erstmal so das kurzfristige, zweiten Take-Profit dann hier oben nehmen. Dritten dann bei 41.700 US-Sollar und da würde ich dann wahrscheinlich auch nochmal eine Short-Position aufmachen. Ansonsten für alle, die noch nicht Long sind, würde ich mal ganz, ganz stark beobachten hier unten diesen Preisbereich zwischen 38,3 und 38,5 nochmal, wo auch unser Pivot S1 liegt. So, gehen wir zu Ethereum rüber. Dort hat sich ein Scheißtrick getan. Also Ethereum muss ich ehrlicherweise sagen, für diesen ganzen Hype, der da schon wieder getrieben wurde, beziehungsweise auch mit dem ganzen ETF-Müll, hat sich hier nicht wirklich was getan. Also wir haben auch unseren Abverkauf bekommen, wie bei Bitcoin, aber dass wir dann doch nochmal so tief runterfallen, hätte ich nicht gedacht. Deswegen auch keine Long-Position hätte sich hier in diesem Fall überhaupt nicht gelohnt. Aber man muss ja auch fairerweise sagen, wir haben hier halt auch noch diesen großen Wigs zu füllen. Wenn wir uns das Bitcoin nochmal angucken, da haben wir jeglichen Wig erst einmal aufgekauft, beziehungsweise abverkauft. Bei Ethereum haben wir immer noch diese Marke hier unten von 2.000 US-Sollar und die stört mich auch ehrlich gesagt noch ein bisschen. Vielleicht warten wir erstmal die ab, jetzt irgendwie hier reinzugehen. Weiß ich nicht, kann gut gehen theoretisch, aber ja, da muss halt auch ein Stop-Loss hier runter sein und das ist einfach zu hoch. Deswegen lass die Finger hier weg von irgendwelchen Long-Positionen. Wer trotzdem hier drin ist, 2.350 bis 2.415 Maximalziel, da muss aber Bitcoin auch schon pumpen. Ansonsten für mich jetzt erst einmal gucken, dass wir hier vielleicht nochmal einen Abverkauf sehen, bis runter auf 2.068 US-Dollar oder sogar hier knapp auf 2.050 US-Dollar. Weil wir unten eben, wie gesagt, den Pivot haben, plus wir haben hier noch so eine kleine Ineffizienz. Das wäre meiner Meinung nach das sinnvollere Szenario, um dann nachhaltig auch zu steigen, weil dieser WIG, den wir hier schon wieder haben, der ist eigentlich viel zu groß, um ignoriert zu werden. Das heißt, stellt euch mal darauf ein, dass wir auch hier nochmal deutlich bessere Einkaufskurse kriegen könnten. Wäre dann auch eine Möglichkeit für Spotkäufe, vielleicht hier in dem Rahmen um 2.000 US-Dollar und dann erst wieder hier zwischen 1.700 und 1.900 US-Dollar. Weil, ich habe es in der Telegram-Gruppe gesehen, beziehungsweise in der Kommentargruppe hat es, glaube ich, irgendjemand reingeschrieben, na, die sehe ich jetzt hier wahrscheinlich gar nicht, dass jemand gefragt hat, genau wegen DCA, wann am besten wieder einkaufen. Sucht euch am besten Zonen, das ist einfach das Sinnvollste, immer ein paar Zonen rauszusuchen, wo ihr euch dann richtig positionieren könnt. Das versuche ich ja auch immer in meinen Videos zu sagen, wann gehe ich in Spot-Position rein, wann gehe ich in Trade-Position rein. Ich denke, da seid ihr eigentlich dann gut aufgestellt über die nächsten Monate und wie gesagt, Altcoin-Videos werden wir sowieso jetzt täglich weiter fortführen. So, gehen wir noch rüber zu den Stockmärkten, was hat sich hier getan? Unser DAX-Trade jetzt ausgestoppt nach zwei Take-Profits, ist gut so, soll mir jetzt recht sein. Gold hat sich überhaupt nichts getan derzeit, also auch hier bleibt alles beim Alten und die Stockmärkte pumpen einfach immer weiter. Also auch hier, momentan tut sich hier mir noch zu wenig, um hier irgendwie in den Short reinzugehen. Wir können mal ganz kurz auf die News-Seite gucken, was denn heute so ansteht. Es ist Mittwoch, da sehen wir eigentlich nur das Einkaufsmanager-Index, also da sollte jetzt auch nicht wirklich große Bewegung reinkommen. Ansonsten, was ich noch im Blick habe, ist momentan ein bisschen Euro gegenüber US-Dollar. Da seht ihr schon, die erste Reaktion kam noch. Die zweite Hoffnung ist, dass wir hier unten noch die Ineffizienz, beziehungsweise diesen Order-Block hier unten mit die Mahnzone, also das heißt hier in diesem Bereich bei knapp 1,08 Euro nochmal antesten. Das wäre jetzt so der Fahrplan, das haben wir auch im Wochenausblick ja darüber gesprochen. Also auch hier warte ich noch, kommt aber wahrscheinlich dann im Laufe des Tages auch nochmal eine Idee. Und wenn ihr, wie gesagt, das dann auch traden wollt, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Link dazu unten in der Videobeschreibung. So, ansonsten würde ich sagen, war es das für jetzt erst einmal, später dann wahrscheinlich noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Und vielleicht, wenn ich es schaffe, machen wir heute mal wieder Livestream. Schauen wir mal. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und dann war es das von mir. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay cool.